die runde jetzt aber eigentlich ist relativ ausgeglichen nicht wirklich hey ho let's go naja sehr gut auskämpft ja toll aber jetzt mal gestoppt durch keine doch du hast glaube ich sende tüte durch hat sich gezählt oder wenn er hat sich gezählt ach ja steht er genau es war doch so klar dass es wieder das baby sein muss aber werdet ihr immer neben mir gesproken kann das sein ja das das ist das ist die extra wir mögen alles wenn ich einstellung ich dachte das ist heute gegen mich alles was sowieso ja das ist nochmal baby läuft mir schon wieder voll in die arme ständig hier bei den ja ich habe ja fast klar hau hat auch wieder scheiße ich habe keine weiten musik zu haben lassen sich da immer den kevin hier aber auch du hast auch genug wirklichkeiten aua alter wie erschießt mich werde ich gerade über den zorn klettern will er das aus da war die munition alle geisch feste hier alter da war der mit nachladung nicht fertig alter zum kotzen hier man 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 nations keine vor allem steht direkt in der struktur geht es euch nicht doch doch macht kannst mich mal ruhe lassen ich wollte mal wieder wissen ins match zurückkommen No, Markus ist da Mist, jetzt! Ah, sie hat doch Feuer geschehen, haha Heil! Da kämmt die hinterm Zaun, willst du? Kriegst du nicht mit? Da kämmt die gemütlich hinterm Zaun, das kann ja wohl nicht wahr sein Aua 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 Versteckt er sich hinterm Würstchenwagen, alter, das passt Da kommt ein Auto angefahren, ist das einer von euch? Ne, ist die KI bei mir hat er noch mal ihren schluss gefehlt ein bisschen wieder das ist nicht wahr du hast die volle ladung abkriegt riesig um ein schuss tot da tschütze werde sollte ich mit der haus schild ich habe gewonnen bis die band sich um die mieten dafür alle auf markus und zwar dauerhaft hier wollte kommen hin zu gefährlich wie die kräuter gerade einfach über alles über jump hat dich verprügelt weißt du keine munition mehr verstehst du da bist und wird es immer so eine da steht die olle ich schlaufe dir auch noch genau in die arme hier ist das macht heute keinen spaß da trefft die nicht einmal die olle ja zu dritt genau macht ruhig und baby stoppt ab ja jawohl kette dass ich einer darf warum nicht ich schenke mir die ganze zeit die kehl weil die shop dann nämlich ab und gewinnt dann wieder das nächste nein es gibt es doch nicht ich bin einfach der peter marcus du bist auch da oder zum schluss noch ein doppelkämmen mit kämpfen gelegt ja schön weil ich habe nämlich gerade ein baby aber ich habe gedacht das reicht bei dir sind wir knapp zwischen den benen aber das ist was anderes alter hat es eigentlich auch noch mal